da ist mir unsympathisch wir sind auf rechts weggegangen und wir können auch ganz nach links laufen also der ist fast genauso weit weg passt auf können natürlich andere teams jetzt von sparen alle kd kaputt muss ich dir eine kda reparatur leisten sonst kaputt ist oben läuft einer links oben offen über den weg da sie sind erlaufen drei waren zwei nach einer mit dem mantel da ist der klub nicht mehr ran an den klub das macht der lärm wo sind sie hin pink mal dahin nach rechts über die brücke gelaufen ok das heißt es kann sein dass sie den klub schon haben jetzt der ein auf der brücke ane das sind das sind immer über das offene gelände ich glaube die sind weg war recht sie sind rechts über die brücke gelaufen das ist normal city weiter also ich würde sagen einer geht mal richtigen club erst am nächsten dann gucken ob der schon genommen ist jetzt auf dem rücker hoch ja die mitte der klo ist weiter hinten der ist gar nicht hier die werden hier vorne runter gelaufen sein bei mir sind zwei zombies das war ungeschickt die sind schon weg und das hat mir ein kleiner balken gekostet das fängt ja wieder super an heute denke diesen hoch zur kirche ich denke auch die spawnd ich musste noch ok ich komme hinterher ich habe auch noch zwei große ja sehen wir das schlachthaus oder also den hinterher oder also gehen wir schlachthaus oder gehen wir kirche wir gehen kirche kirche ist doch da kirche ist da wo die kirche ist hier ach du rame links ach du rame links Ich würde fast sagen, beide Seiten. Ich glaube, die sind hier durch. Naja, die sind schon wieder weiter. Oh, hier ist eine Wand. Klu ist genommen. Schuss Westen. Spende wird genommen. Trottnacker. Also, wer ist denn der Krematorium? Hier vorne ist direkt der zweite Klu. Ja, ja. Ja, zieht das Krematorium. Und da die Schüsse nicht unterirdisch waren, haben sie schon ein gegnerisches Team gefunden. Also, hier kommt jetzt das Thema Geräusche. Also, immer gucken, dass sie möglichst auf sandigen Boden nicht läuft und auch nicht auf Holz sind. Wenn es möglich ist, auf Gras. Geht natürlich nicht immer. Krähenwand Südwesten 255. Und immer auf Tarnung achten. Da oben brennt es. Äh, so Äste, die so quer über dem Boden liegen, die machen Knackgeräusche. Das war nicht meine. Nee, ich sag ja noch. Komm an! 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 Er ist ja schon unterirdisch oder die kommen noch angelaufen? Das ist schon unterirdisch. Okay. Okay. Oh, schade. Ich muss gerade ausprobieren. Also, die haben die Gegner schon tot. Ah, hier ist auch so eine... Hier ist auch so ein Pöschkäfer. Stimmt, soll ich mal mit so einem Pöschkäfer reinfliegen? Mhm, probier mal aus, wie das funktioniert. Fliegst du jetzt selber, oder? Ja, das ist ja voll geil, ey. Das ist voll scheiße, wo du gerade sitzt. Aber ich weiß nicht, wo das links ist. Du musst den Höheneingang. Der ist hier, wo ich bin. Hier? Ja, hier vor muss der mal nicht sein. Da ist er. Siehst du? Ich weiß nicht, wer du bist. Ich sehe nichts mehr. Ich dachte, da kommt irgendwas. Links. Links von euch. Er ist jetzt weiter nach hinten. Ah, aber ich darf nicht reinfliegen, weil ich dann tiefer bin als ich selbstverständlich. Warum stehe ich denn jetzt hier wieder raus? Er ist weg. Ich habe einen. Hinter mir, hinter mir. Ah, scheiße, den habe ich nicht gekriegt. Da hat er auch eine Bornheim. Ah. Ich war gerade drauf. Der muss aber fast Platz sein. Ah, ihr seid tot. Ich fand es echt witzig so. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Das hat wohl, das heißt, ich habe einen neuen haben. Ja. Ach du mal. War das jetzt mit dieser? Ah, letzte Mission. Ah, eine Tötung. Genau. Das heißt, ich habe den doch getradet. Hm. Ja, das sah auch so aus für mich. Ja, okay. Und wer hat den anderen gekillt? Dirk. Ah, cool. Der stand ja vor mir. Ja, der ist um die Ecke gekommen. Keine Ahnung. Irgendwie war ich plötzlich am Bluten. Deswegen musste er da, wo ich sitze. Keine Ahnung, was ich hier machen habe. Ja, du saßt dann direkt da, wo die rumgekommen sind. Ja. Und du konntest dich ja nicht bewegen. Nee. Nur ich konnte nicht rumgehen, sonst hätte er mich getroffen. Ja, natürlich. Nee, das ist halt so. Oh, ich habe Gott, hier, Meister. Habe ich nicht irgendwas Schönes hier? Habe ich halt rumgekommen? Ja, ich habe gewonnen. Wieso hast du einen Bogen im Kopf hängen? Ah, jetzt nicht mehr. Also Töte Höllenhunde habe ich nicht aktiviert. Also von daher. Ich schon. Dann müssen wir aber da lang. Gegner können von rechts kommen. Na, eigentlich wieder mal von überall. Von überall können sie immer kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in der Nähe ist eher ein Spawn. Wenn wir nach rechts gehen, ist logischerweise von rechts. Das soll das ja heißen. Und ich habe extra ein Sniper-Gewehr mit, weil ich habe als Aufgabe Kopfschüsse zu verteilen. Bin nervös. Boah, da wird man voll, voll schwindelig von. Ja, dann lass es. Mh. Okay, bei mir. Herrschaft, ist der Pfeil jetzt weg, nur weil er an der scheiß Maske abgeprallt ist? Okay, ich könnte dich hier brauchen, obwohl, ne, ich habe Wurfmesser dabei, vergiss es. Nun komm wieder her, Wurfmesser. Danke. Hä? Will er hin? Handdollas, hier rauf. Ich finde das immer witzig, so teilweise bleibt, was in der Luft hängt. Zum Beispiel hier. Oder ist es dein Wurfmesser, was in der Luft gebackt ist? Ne, das habe ich wieder rausgenommen. Ja, hier hängt es nämlich in der Luft. Echt? Ich habe es rausgenommen. Ja, guck. Siehst du das hier? Du bist gerade durchgelaufen. Ne, ich sehe es nicht. Es kann ja auch nicht da sein, weil ich es ja auch mitgenommen habe. Also, das ist in der Richtung. Ja, da hast du Glück gehabt. Würde ich mal sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Apropos goldene Felder, landen ins Feld gehen. Ja, ist da. Oder sollen wir nach Windy runter? Obwohl, da sind auch schon Schüsse. Die werden wir wahrscheinlich vielleicht auch schon machen. Na, lass es doch hier gehen. Ich dachte, ich hätte hinter uns Schritte gehört. Die machen aber einen Lärm. Also entweder ist das schon ein Team. Da? Als ob das die Antwort auf meine Frage wäre. Ja. Ich wüsste, links sind aber auch sehr in der Nähe, ne? Ich schätze mal gepökelt ist. Ja. Ja. Das sind wir zu südlich. Eher Getreidemühle. Aber wir müssen noch rumzirkeln. Wieso? Wir sind doch... Achso, da ist auch noch ein Ausgang. Okay, den habe ich eben nicht gesehen. Nein, der hat eine Maske auf, den lasse ich am Ruhm. Außerdem macht das Lärm, wenn du dem tötest. Nicht viel. Aber immerhin. Die scheinen ja sonst nichts zu tun zu haben, wenn die das hören. Scheiß Nebel. Ist ja klar, ich habe ja ein Zielfernrohr bei, ne? Da scheint ja irgendwo schon gegner zu sein. Oder sich schießen einfach so. Ja, auch möglich. Na, das klingt jetzt doch eher nach Gegnern. So aggressives Schießen ist nicht gegen Zombies. Hat er das schon immer gemacht, dass wenn man über etwas drüber springt, er direkt wieder in die Hocke geht? Ich meine nicht. Doch, aber du drückst automatisch immer wieder, dass er in die Hocke gehen soll. Deswegen steht er immer auf. Das habe ich nämlich auch immer. Okay. Ich auch. Demnach. Ah, bleib mal stehen. Ah, ja, da ist er. Da ist er. Es geht immer noch nicht. 15, hier in dem roten Haus, direkt da am Fenster. Alter, ey. Was ist los? Und es hat sich echt... Es pingt wieder nicht. Achso, du meinst, es pingen funktioniert nicht. Bei allen anderen, bei denen ich geguckt habe im Stream, funktioniert es. Aber ich glaube, der ist tot, der das, bei denen ich gesehen habe. Da sehen sie keinen jedenfalls. Ist es jetzt schon der dritte oder vierte, der gestorben ist? Er lebt aber noch was. Was die blöde Dampferschiene los und läuft, ne? Wir haben ins Kamm ein Gruselhaus reingepatcht. Habe ich gerade gelesen. Ui. Dann waren sie wieder kreativ, die Jungs. Erst Geister, jetzt Gruselhäuser. Ah, Halloween sind sie immer kreativ. Das muss man denen lassen. Obwohl ich die Geister vermisse. Ah, stimmt schon. Die waren irgendwie cool. Ich hätte jetzt ja gesagt... Ich hätte jetzt ja gesagt, ich gehe in das Häuschen rein, aber das nutzt ja nichts, weil du siehst ja durch den Nebel eh nichts. Das muss man zugucken. Oh. Okay. Geh bitte weiter, Zombie. Gehen sie nicht raus. Ich umdrehen. Ach, sorry. Bist du grad irgendwo drüber gesprungen? Ja. Noch sind sie sich nicht am bewegen. Warum auch immer. Oder sie haben getradet und die leben nicht mehr. Hatten wir ja auch schon mal, ne? Wundert, dass sie nicht loslaufen, die können doch nach Osten raus. No, du wirst noch fahren, ich geh ran. Gucken wir mal. Aha, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Gucken wir doch mal, was hier drin so los ist. Bitte? Die sind tot. Im Ernst? Ja, ich seh. Ah, ich liebe die Beatles. Ja. Die haben getradet. Ey, das ist so geil jetzt mit denen. Ja, das ist so geil. Ja, die brauchen sich nicht mehr lassen. Ja, die brauchen sich liegen da. Weil das konnte auch nicht anders sein, dass die nicht wegliefen, obwohl die, äh... Hätte ja sein können, dass sie auf uns warten, bis wir rum sind und dann schön weglaufen. Ja, zwei Ausgänge eben. Deswegen macht er gar keinen Sinn. So ist das, das ist ja mal schön. Das, das, das mag ich. Ah, warte, ich sollte mich gleich erstmal um... Nö, ist nix da. Nicht, dass hier jemand noch auf die Bounties lauert. Okay. So, wo müssen wir raus? Nordwesten. Bei Sorten ewig aber das Vieh. Ja, das war mal ne schöne Runde. Die lobe ich mir. Ja, ich dachte mir so, so bist du eigentlich bescheuert? Äh, was schleißt du dich da ran? Du hast doch das Vieh in der Tasche. Ein kleines Haustierchen. Ja, ja. Soweit ich mitbekommen hab, gibt's auch wohl so Bäume, wo so Kokos von denen dranhängen. Aber die sieht man wohl ganz schlecht, weil die ganz klein sind. Aha. Wahrscheinlich kann man da nachfüllen oder so. Cool. Also hab ich im Stream irgendwie gehört. Ah, da ist der Ausgang. Alles leer. War ein Pferd, hat gezuckt. Ja. Ich mag's auch mal einfach. Ehrlich. Boah, ich hab so Muskelkater am Arm. Ah, der spielt Call of Duty. Ah. Wie damit denkt's? Ja. Ja. Mhm, mit Micha. Da hat Micha auch gefragt, aber ich seh da nicht 61 Euro für das Game auszugeben, ein paar Wochen zu spielen und dann wieder zu sein lassen. Ja, du hattest das ja zurückgegeben gehabt, oder? Nee, ging ja nicht, weil ich so lange gespielt hab. Aber das letzte war schon so lala. Ach so, gibt es jetzt nochmal ein neues? Ja, ja. Das letzte haben wir schon kaum gespielt und da waren wir ein größeres Team. Schön, nice Runde. Das ist eine Frage, ob die von dem anderen Bounty Twitch-TV-Team sind oder die, die jetzt den Trade gemacht haben. Denn ja? Tja. Peinliche Aufnahme. Wieso? Ja. Ja, wenn man quasi Bounty had to trade, dann ist es auch peinlich. So, und jetzt könnt ihr auch mal den neuen Charakter sehen an der Stelle. Das ist der Infizierte. .